»Klau-Quab-Drillinge«, grummelt Friedu. »Stimmt genau. Dringen bei uns ein und klauen unser Essen.« »Sei nicht so fies, Bruderherz. Letztes Jahr warst du genauso klein«, sagt Franzi. »So hässlich wie dir aber bestimmt nicht.« Friedu hat schlechte Laune. Doch die bessert sich auf der Stelle, als Franzi ruft. »Guck mal, da hinten sind die anderen!« Und richtig. Auf einem alten Ast, der im Wasser treibt, hocken Max und Lotte und lassen sich von der Frühlingssonne wärmen. »Ach, ist das schön, die Freunde nach so langer Zeit wiederzusehen.« »Hallo, Leute«, quakt Max. »Was geht?« »Habt ihr auch diese ätzenden Kaulquabben zu Hause?«, fragt Friedu. Lotte nickt. »Ach, einen ganzen Stall voll. Die machen vielleicht einen Aufstand. Meine Eltern sind nur am Füttern, Füttern, Füttern.« »Meine müssen nur mich füttern«, sagt Max und tätschelt sein Bäuchlein. »Unsere Eier hat nämlich Otto auf dem Gewissen.« »Fressen Karpfen Froscheier?«, fragt Lotte. Franzi nickt. »Na klar, das sind alles Fresser. Das haben wir doch letztes Jahr gelernt.« »Ich habe alles vergessen«, Friedu seufzt. »Und ich erst«, sagt Max. »Aber jetzt muss ich nach Hause, zum zweiten Frühstück.« »Wir hatten noch nicht einmal unser erstes«, jammert Fredo. »Und auch das sollen wir uns selbst fangen«, jammert Franzi. »Na dann, viel Vergnügen«. Max lässt sich ins Wasser fallen und planscht träge davon. »Da vorn«, ruft Franzi. »Da sitzt eine fette Fliege. Die schnappen wir uns.« Sie lässt die Zunge hervorschießen, doch die Fliege ist schneller. »Ich kenne eine Stelle, wo es jede Menge Mückenlarven gibt«, sagt Lotte. »Ach nee, die kitzeln so doof im Magen«, mault Fredo. Doch er folgt Franzi und Lotte zu der schattigen Stelle am Ufer. Als sie den Bauch voller Mückenlarven zurück nach Hause kommen, liegen die Kaulquappendrillinge still in ihrer Wiege und schlafen. Fredo betrachtet sie voller Misstrauen. »Otto hätte mal besser diese drei fressen sollen.« »Wen hätte Otto fressen sollen?«, fragt Mutterfrosch. »Äh, ich meine ja nur, Otto hat überall die Froscheier weggefressen.« »Ach, da haben wir großes Glück gehabt«, sagt Vaterfrosch. »Wenigstens unsere Drillinge sind in Sicherheit.« »Unmöglich ist das«, schimpft Mutterfrosch. »Wie konnte Otto nur?« Sie hüpft zum Eingang der Höhle. »Ich werde allen Bescheid sagen, dass sie sich ja von diesem Unterwasserungeheuer in Acht nehmen sollen.« Und weg ist sie. Am Nachmittag ist der Teich in heller Aufregung. »Er hat alle meine Entenküken verschlungen.«, schnattert Bertha von Stock. »Mit einem Habs!« »Aber du hattest doch gar keine Küken, Bertha«, wagt ihr Gatte einzuwenden. »Noch nicht mal Eier!«